Der hat sich nichts überlegt, ich bin nicht mit ihm am Stau entlanggehe, jetzt mit dem Hafen entlang, und jetzt schau, er redet mit mir nichts, er sagt nichts, dann setzt er sich zu mir in eine Gyrus-Lokale, das ist wie wenn ich in Wien an einen Würstelstandl gehe und das spottet jetzt jegliche Aussprache, weil da gibt es auch einen nobelen Würstelstandl.